Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich freue mich auch, euch zu sehen. Ihr kommt gerade rechtzeitig, denn der Zeppelin macht so einen Lärm. Ich helfe gerne, Carlos. Finden wir heraus, wo sich Bürgermeister Besserwisser versteckt. Ich glaube, Bürgermeister Besserwissers Zeppelin überfliegt die Gegend. Wir müssen noch drei Festplakate zurückholen. Tja, ich wette, Bürgermeister Besserwisser macht hier auch Ärger. Sehen wir zuerst nach, ob es den Dschungeltieren gut geht. Da vorne sind ein paar Affen. Lasst uns nachsehen. Los geht's. Gut gemacht. Sieh mal, einer der Affen scheint zu fehlen. Der Lärm des Zeppelins muss sie erschreckt haben. Wir müssen sie finden. Chase, nimm die Fährte des Affen auf, damit wir sie verfolgen können. Wähle ein... Chase! Ich rieche hier etwas. Gut gemacht. Da drüben! Oh nein, der Affe ist zwischen den Steinen eingeklemmt. Rubble, benutze deine Baggerschaufel, um die Steine wegzuräumen. Das ist ein neues Kostüm. Wähle einen Fellfreund. Fellfreunde. Wähle ein... Rubble! Wir brauchen dein Fahrzeug. Wechsle mit dieser Taste zu deinem Fahrzeug. Rubble ist der Retter! Gut gemacht. Rubble ist der Retter! Gut gemacht. Rubble ist der Retter! Gut gemacht. Du bist frei, kleines Äffchen. Tracker, benutze deine Sanitäterausrüstung, um den Affen zu untersuchen. Wähle... Tracker! Geht es jetzt besser? Gut gemacht. Jetzt geht's ihm gut. Adios, Äffchen! Viel Spaß mit deinen Freunden! Oh, sie sehen so glücklich aus! Einsatz beendet. Wir brauchen Carlos Werkzeug, um das Triebwerk meines Zeppelins zu reparieren. Kätzchen, ihr wisst, was zu tun ist. Bringt mir das Werkzeug. Na gut, ihr könnt etwas zu naschen mitnehmen, aber nicht zu viel. Ein Genie zu sein macht hungrig. Das ist komisch. Was sind das für Tüten auf dem Boden? Chase, kannst du nachforschen, was das für Tüten sind? Los geht's! Ich rieche hier etwas. Gut gemacht. Also, das ist Katzenfutter. Achiu! Und Katzenhaare. Die Kätzchen und der Bürgermeister müssen hier vorbeigekommen sein. Hm, aber warum? Marshall, räumen wir hier auf, damit der Dschungel sauber aussieht. Benutze deine Wasserdüsen, um hier aufzuräumen. Bela! Marshall! Brauchst du Wasser? Gut gemacht. Hier ist noch mehr. Sie führen bis zur archäologischen Stätte. Brauchst du Wasser? Gut gemacht. Guck mal, Ryder. Hier ist noch mehr. Du weißt, was zu tun ist, Marshall. Du hast einen neuen Fahrzeug. Wähle einen Fellfreund. Fellfreunde. Brauchst du Wasser? Gut gemacht. Der Dschungel ist jetzt ganz sauber. Gut gemacht, Marshall. Fellfreunde, wir müssen herausfinden, was Bürgermeister Besserwisser im Dschungel vorhat. Einsatz beendet. Carlos ruft an. Er braucht unsere Hilfe. Los, Paw Patrol. Hey, Paw Patrol. Meine Grabungswerkzeuge sind verschwunden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie waren eben noch hier. Fellfreunde, sucht nach Dingen, aus denen wir Carlos neue Werkzeuge bauen können. Hier sollte es einige nützliche Materialien geben. Los geht's. Wähle einen. Super. Super. Wähle einen Fellfreund. Gut gemacht. Wow, hier gibt es viel, was man verwenden könnte. Sammle alles ein, damit wir Carlos helfen können. Bald in der Nacht verstanden. Das Chaos-Kätzchenfest. Besser und lustiger als jedes Wundefest. Das stimmt fest. Das ist ein neuer Sticker für die Postkarten. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht, Paw Patrol. Wir haben alles, was wir brauchen, um Carlos neue Werkzeuge zu bauen. Rocky, kannst du dabei helfen, sie zusammenzubauen? Wähle einen Rocky. Juhu. 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 Gut gemacht. Jetzt lauf zurück zu Carlos. Gut gemacht, Rocky. Jetzt hat Carlos neue Werkzeuge. Gut gemacht. Danke, Paw Patrol. Diese neuen Werkzeuge sind toll. Ich bin gespannt, welche Entdeckungen Carlos mit diesen Werkzeugen machen wird. Das ist toll. Ihr habt die archäologische Stätte gerettet. Einsatz beendet. Wähle einen Fellfreund. Ich habe gerade von Carlos gehört, dass eins der Kätzchen das Schlangen-Nest umgeworfen hat. Hier sind überall Pfotenabdrücke. Fellfreunde, wir müssen das Nest an einen sicheren Ort bringen. Skye, hebe das Nest mit deinem Haken auf den Baum. Los geht's. Fehler. Skye. Wir brauchen dein Fahrzeug. Wechsle mit dieser Taste zu deinem Fahrzeug. Hacken dran. Gut gemacht. Das Nest ist wieder auf dem Baum, wo es hingehört. Gut gemacht, Skye. Jetzt benutze deine Flügel, um nachzusehen, ob es schön sicher ist. Für diese Aktion musst du aus deinem Fahrzeug aussteigen. Drücke diese Taste. Ich bin der Flughund. Gut gemacht. Das Nest ist sicher und die Schlangen sehen glücklich aus. Gut gemacht, Skye. Du bist eine ganz tolle Hündin. Einsatz beendet. Du hast einen neuen Fahrzeugsticker freigeschaltet. Wähle einen Fellfreund. Fellfreunde. Tschüss. Paul-Patrol. Paul-Patrol. Carlos möchte uns etwas fragen. Paul-Patrol. Ich brauche wieder... Das ist Matteo. Er ist verschwunden, als der Zeppelin über den Dschungel geflogen ist. Normalerweise ahmt er gern Stimmen nach. Aber dieses Mal hatte er Angst. Könnt ihr helfen, ihn zu finden? Kein Problem, Carlos. Wir werden Matteo finden. Vamonos, kleine Pfoten. Los geht's. Gut gemacht. Skye, kannst du hochfliegen und den Baum überprüfen? Alles klar. Was gibt es hier? Was gibt es hier? Gut gemacht. Oh nein. Matteo ist nicht da. Such weiter. Was ist mit dem Baum da drüben, Skye? Ich bin der Flughund. Alles klar. Was gibt es hier? Gut gemacht. Keine Spur von Matteo. Auf diesem Baum versteckt er sich auch nicht. Such weiter. Sky, was ist mit diesem Baum? Alles klar. Was gibt es hier? Ich habe ihn gefunden, Ryder. Matteo hat sich die ganze Zeit auf diesem Baum versteckt. Marshall, versuche Matteo herunterzuhelfen. Alles klar. Keine Angst, Matteo. Mit dieser Leiter kommst du runter. Wähle ein Marschel. Wir brauchen dein Fahrzeug. Wechsle mit dieser Taste zu deinem Fahrzeug. Ich bin der Rettungshund. Gut gemacht. Jetzt sieht Matteo sehr glücklich aus. Gut gemacht, Fellfreunde. Einsatz beendet. Das ist ein neues Kostüm. Juhu. Wähle einen Fellfreund. Fellfreunde. Die Bürgermeisterin Gutherz hat angerufen. Sie braucht unsere Hilfe. Auf geht's, Fellfreunde. Los geht's. Das ist ein neues Kostüm. Ich bin der Feinde. Wir brauchen das. Die Zähne. Das ist, was ich jetzt ist. Papa. 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 ihr hier im Dschungel? Gut gemacht. Henrietta und ich wollten einen kleinen Ausflug machen. Bürgermeister Besserwisser hat uns mit seinem Unfug ganz verrückt gemacht. Also wollten wir in den Dschungel, um Ruhe zu finden. Aber jetzt sind Bürgermeister Besserwisser und sein Zeppelin auch hier. Er macht so viel Lärm um sein Chaos-Kätzchen fest. Es war so laut, dass Henrietta wieder weggelaufen ist. Ich glaube, sie hat sich in der Nähe des Dschungelstrandes versteckt. Könnt ihr helfen? Okay, Fellfreunde, auf zum Dschungelstrand. Wir suchen Henrietta. Sie muss sich hier irgendwo verstecken. Wähle einen Fell... Super! Gut gemacht. Da wären wir. Sie muss irgendwo unter dem Sand sein. Ich kann den Radarscanner meines Fahrzeugs benutzen. Halte durch, Henrietta. Ich werde dich finden. Wähler... Macht Tracker! Jeder kann kommt und sich amüsieren beim Chaos-Kätzchen-Tag in der Nacht. Ich bin ganz ohr. Gut gemacht. Moment. Dieser Sandhaufen sieht verdächtig aus. Everest? Kannst du dich hier mal umsehen? Das Universum... Fehler! Everest! Bei Schnee und Eis, ich bin bereit für den Einsatz. Gut gemacht. Henrietta, wir haben dich gefunden. Bürgermeisterin Gutherz wird erleichtert sein. Sie wirkt ein bisschen erschrocken. Tracker, benutze deine Sanitätausrüstung, um sie zu untersuchen. Wähle einen... Wrapped! Tracker! Geht es jetzt besser? Gut gemacht. Henrietta, jetzt bist du verarztet. Everest, benutze deinen Transporter. Bring Henrietta zurück zu Bürgermeisterin Gutherz. Los geht's! Bei Schnee und Eis ist doch klar, bin ich da! Wähler... Everest! Wir brauchen dein Fahrzeug. Wechsle mit dieser Taste zu deinem Fahrzeug. Ich liebe Rettungsaktion! Super! Henrietta und Bürgermeisterin Gutherz sind wieder zusammen! Danke, dass ihr meine liebste Henrietta wiedergefunden habt, Paw Patrol. Werdet ihr etwas gegen diesen Zeppelin unternehmen? Er ist so laut! Ich habe Ohrstöpsel für mich und Henrietta gekauft. Jetzt können wir in Ruhe in der Natur spazieren gehen. Einsatz beendet. Wow! Ein neues Henrietta-Kunstwerk! Zuma! Wähle einen Fellfreund! Fellfreunde! Seht mal, Fellfreunde! Sind das Kätzchenspuren? Diese Pfotenabdrücke sehen wirklich verdächtig aus. Vielleicht sind die Chaos-Kätzchen am Berg. Ich wette, da liegt etwas auf dem Grund des Teichs. Lasst uns nachforschen. Los geht's! Für diese Aktion musst du aus deinem Fahrzeug aussteigen. Drücke diese Taste. Ab ins Wasser! Gut gemacht! Wow! Es scheint ein Buch zu sein. Das hat bestimmt was mit Besserwisser und den Kätzchen zu tun. Es ist aber durch das Teichwasser beschädigt. Rocky, kannst du versuchen, es mit deinem Werkzeug zu reparieren? Wähle einen Rocky! Rocky! Nicht verschwenden, wiederverwenden! Nicht verschwenden, wiederverwenden! Gut gemacht! Fertig! Das sieht aus wie Bürgermeister Besserwissers Handschrift. Was mag das wohl bedeuten? Es ist auf jeden Fall ein geheimer Plan, Fellfreunde. Es sieht aus wie eine To-Do-Rider. Es sieht aus wie eine To-Do-Liste, Ryder. Alles für den Chaos-Kätzchen-Tag. Schritt 1, alle Paw Patrol-Tag-Plakate klauen. Dann müssen sie ihr Fest verschieben. Schritt 2, überall Werbung für unser Chaos-Kätzchen-Fest machen. Schritt 4, ein Chaos-Kätzchen-Banner malen. Moment, ich habe einen Schritt vergessen. Ach ja, Schritt 3, Katzenfutter für unsere Festgäste kaufen. Katzenfutter für Festgäste? Nein, danke. Einsatz beendet. Wähle ein... Zuma! Zuma! Seht mal, Fellfreunde, noch mehr Pfotenabdrücke. Vielleicht ist eins der Kätzchen in der Nähe. Tracker, suche das Kätzchen mit dem Radarscanner deines Fahrzeugs. Mein Radar ist bereit und ich bin ganz ohr. Los geht's! Fehler! Tracker! Ich bin ganz ohr. Gut gemacht! Das Radar zeigt eine Bewegung an, Ryder. Das Kätzchen ist dort drüben. Vielleicht haben sie eins der Plakate bei sich. Okay, Paw Patrol, los geht's! Du hast einen neuen Fahrzeugsticker freigeschaltet. Wo ist das Kätzchen? Keine Sorge! Mein Radar ist einsatzbereit. Ich bin ganz ohr. Gut gemacht! Sie versuchen zu fliehen. Schnell! Lasst sie nicht entkommen, Fellfreunde. Oh oh, das Kätzchen ist weggelaufen. Nicht aufgeben, Fellfreunde. Tracker, benutze nochmal dein Radar. Ich bin ganz ohr. Hier ist es. Gut gemacht. Ups, fast. Versuch es weiter. Dieses Kätzchen ist schnell. Pfoten stark, Fellfreunde. Guck mal. Das Kätzchen läuft zu den Tempelruinen auf dem Hügel. Und der Zeppelin ist da gelandet. Vielleicht versteckt sich Bürgermeister Besserwisser da mit den Plakaten. Das muss es sein. Paw Patrol, auf geht's. Diese archäologischen Werkzeuge sind genau das, was wir brauchen. Die Triebwerke sind so gut wie neu. Lasst uns fertig werden und weiter Werbung für unser Chaos festmachen. Und zwar bevor die Paw Patrol uns findet. Einsatz beendet. Bürgermeister Besserwissers Zeppelin hat bei den alten Tempelruinen angehalten. Er macht ganz komische Geräusche. Was ist da oben nur los? Fellfreunde, versuchen wir die vermissten Plakate wiederzufinden. Und das Fest zu retten. Los geht's. Gut gemacht. Oh nein. Die Straße ist durch diese wuchernden Pflanzen versperrt. Tracker, schneide die Pflanzen mit deinem Multifunktionswerkzeug zurück. Mh, toll. Gut gemacht. Guck mal. Noch mehr wuchernde Pflanzen versperren den Weg. Wir brauchen nochmal dein Multifunktionswerkzeug, Tracker. Mh, toll. Gut gemacht. Du bist ein toller Hund, Tracker. Gut gemacht. Sieh mal. Steine sind heruntergefallen und versperren den Weg. Rubble, räume sie mit deiner Baggerschaufel weg. Wähler... Rubble! Rubble ist der Retter! Gut gemacht. Gut gemacht, Rubble. Mach weiter und räume auch die anderen Steine aus dem Weg. Schaufel los! Rubble ist der Retter! Gut gemacht. Fantastisch! Nun ist der Weg zu den Tempelruinen frei. Auf geht's, Fellfreunde. Einsatz beendet. Das ist ein neues Kostüm. Juhu! Chase, benutze dein... Um Bürgermeister Besserwisser zu sagen, dass er unsere Plakate zurückgeben soll. Das ist ein Fall für Chase! Los geht's! Wähle einen Pfeff! Chase! Bürgermeister Besserwisser, können Sie mich hören? Gut gemacht. Bürgermeister Besserwisser, hier ist die Paw Patrol! Schalten Sie Ihren Jumbo-Bildschirm aus. Er stört den ganzen Dschungel! Ich bin beschäftigt! Ich organisiere das tollste Kätzchenfest, das die Welt je gesehen hat! Ihr könnt mich nicht aufhalten, Paw Patrol! Kätzchen, fertig machen zum Abflug! Sie versuchen zu fliehen! Lasst sie nicht entkommen, Fellfreunde! Folgt dem Zeppelin! Der Zeppelin fliegt weg! Lasst ihn nicht entkommen! Musik 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 Gut gemacht. Wir müssen den Jumbo-Bildschirm ausschalten. Guck mal, da ist ein Knopf an der Seite. Sky, versuche den Kanal zu wechseln und die Werbung abzuschalten. Verstanden. Wähle ein... Sky! Für diese Aktion musst du aus deinem Fahrzeug aussteigen. Drücke diese Taste. Ich bin der Flughund! Gut gemacht. Was? Die Kätzchen-Werbung ist auf allen Kanälen? Oh nein, der Zeppelin fliegt weg. Schon wieder? Verfolgt ihn, Fellfreunde. Das ist ein Pfeif für die Paw Patrol. Fellfreunde, folgt dem Zeppelin. Gut gemacht. Wir müssen den Stecker ziehen. Da! Das ist das Stromkabel des Jumbo-Bildschirms. Everest, benutze deinen Greifarm, um dem Zeppelin den Stecker zu ziehen. Wähle ein... Everest! Zeit für die große Zange! Gut gemacht. Gut so, Everest. Ja! Juhu! Nein! Nein, 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 nein! Mein Jumbo-Bildschirm! Ach, die Paw Patrol schon wieder! Kätzchen, volle Kraft voraus! Nichts wie weg hier! Es ist noch nicht vorbei, Paw Patrol! Pfoten stark, Paw Patrol! Bürgermeister Besserwisser verlässt den Dschungel. Muy bien! Jetzt haben die Tiere endlich Ruhe! Und sieh mal, eins der Festplakate ist aus dem Zeppelin gefallen. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht, Fellfreunde. Es ist das Plakat Ostereiersuche. Benutze dieses Plakat auf dem Fest, um Ostereiersuche zu spielen. Paw Patrol, wir empfangen eine Nachricht. Es ist Jake, der uns vom Berg aus anruft. Hey, Paw Patrol! Wir haben gerade einen seltsamen Katzenzeppelin über den Berg fliegen sehen. Er ist so tief geflogen, dass er unsere Satellitenschüssel beschädigt hat. Und alle Tiere und Leute sich erschrocken haben. Keine Sorge, Jake. Die Paw Patrol ist schon unterwegs. Auf geht's, Fellfreunde! Auf zum Paw Patroller! Juni! Lini! Auf geht's zu Jakes Berg. Einsatz beendet. Jetzt kannst du mit dem Paw Patroller zu einem neuen Ort reisen.